hallo und herzlich willkommen zurück zu harz medicine hospital heat ich wollte mit euch ganz kurz hier oben drauf gehen ok neuen diamanten bringen uns nicht allzu viel aber ihr könnt wenigstens noch mal sehen was wir alles geändert haben und wenn wir noch mindestens einen diamanten wir hätten jetzt noch ja dann nehmen wir doch die lampe aber ehrlich gesagt die andere lampe war irgendwie schöner die hätte ich lieber nicht geändert aber naja gut das lassen wir jetzt mal so hier oben sind übrigens wie immer die trophäen das sind die leute die befreigeschaltet haben wenn wir spezielle sachen gemacht haben wie zum beispiel hier nutze die herzverstärker um 200 herzen zu verdienen keine ahnung was das ist mit den herzverstärkern oder kaufe alle upgrades in jeder abteilung das können wir natürlich im nachhinein auch noch machen damit wir den rest hier auch freischalten das wollte ich euch nur noch mal eben gezeigt haben ja dann fangen wir direkt an hier in der psychiatrie zusammenarbeit erledige den ganzen papierkram schon wieder ja brauchen wir glaube ich nichts mehr zu zu sagen aha hier verstecken sich also alle schönen frauen oh bitte ja im ernst bitte nicht nicht die stirn runzeln das gibt nur falten ich bringe doch geschenke george ihr wisst schon der chef des greensboro er ist nur schwer zu beeindrucken aber die eine sache die ihn jedes mal beeindruckt dass die bereitschaft anderen abteilungen zu helfen der mann liebt es wenn seine abteilungen zusammenarbeiten um so ein gemeinsames ziel zu erreichen also dachte ich mir dass ich den damen einen gefallen tue und ihnen etwas von meiner arbeit abgebe moment mal wir erledigen das danke mädels was die erst schon klar dass er dich gerade dazu gebracht hat seine arbeit für ihn zu erledigen oder er könnte mich dazu bringen alles zu erledigen ja 300 ich bin gerade am gucken dann wären die unten schneller was natürlich nicht so unbedingt gut ist aber naja gut obwohl warte mal verschafft den und sie laufen schneller ja dann sparen wir auf den ventilator das ist noch besser dann nehmen wir den also beim nächsten mal okay da brauchen wir was für du gehst da oben hin ach unten ist jetzt auch noch besetzt ach du schande okay das ist natürlich nicht so schön so jetzt haben wir keine begrenzung dann können wir das noch rechts tun wieso müssen wir die jetzt eigentlich mehrfach bahnen hier ein kaffee warum wollen die leute eigentlich immer kaffee haben die sind doch nicht hier um kaffee zu trinken ich will mal eben schnell abkassieren das holen wir zack zack die kommt hier hin die setzen wir schon mal rüber die machen wir ähm schädel nach oben zack 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 und einmal das papier du bist noch da dich kann ich gar nicht anklicken weil ich ins falsche klicke ah papier 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 helfen 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 oh mein gott ähm ok ja schneller du gehst nach unten du nach rechts du nach unten dir helfen wir auch dir auch zack zack habt ihr eigentlich gemerkt dass ich so gar keine lust drauf habe diese depressiven smileys wegzumachen obwohl es ja gar nicht so schwer ist aber irgendwie ich weiß nicht ich mag das nicht so besonders es macht mich depressiv irgendwie die setzen wir rüber die können wir nicht rüber setzen ja du kommst dahin du dahin du dahin zack ich kann mich schnell abkassieren so du dahin aha dann müssen wir die beiden holen und das da ist das da ist das du gehst nach unten so einmal das das müssen wir auch noch holen zack 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 und dahin zack oh nein das hat doch Vorrang Papierkram mach schon mach schon okay so ich dachte schon das und T brauchen wir die gehen nach unten der nach da der nach da ach das das zack 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 ähm die Gitarre einmal richtig drehen so das brauchen wir die gehen nach da die gehen nach da und das einmal abkassieren hier nach da das machen wir das auch so das 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 okay usa du gehst nach unten zack Fax ist angekommen nehmen wir direkt mit das 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 können wir hier hinsetzen ich habe gerade was gehört da wieso wollte der nicht hier hin so du musst dich mit ihr beschäftigen zack 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 das 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 okay perfekt kann ich die auch schon direkt in der zeit hat der jetzt schon wieder was neues bekommen oder was äh hier wird das immer wieder was neues haben so du dahin zack das dahin äh Uhr habe ich auch ach das ist das mit dem ziehen zack so das ist wahrscheinlich irgendwie pendeln oder so nehme ich mal an so das ihr beide können tauschen oh je okay mhm so mhm mhm ja da hin du runter ich glaube hier sollte ich zwischendurch mal was machen oh nein 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 ja 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 ich bin ja schon dabei 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 dann die zwei zack und das und für dich brauchen wir auch nochmal einen Stapel so das und das zack zack du kannst runter bei dir auch nochmal ihr könnt tauschen das und das ähm das schmeißen wir mal ganz raus keine Ahnung was das jetzt sollte so der der mit dem Kaffee euch beide kann ich machen und das mit dem Buch so ihr beide könnt tauschen oh halt die verliert ja gerade ihr Leben du auch noch okay 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 perfekt den Papierkram haben wir schon mal erledigt sehr schön Couch und die müssen wir uns auch noch kümmern und die auch ihr könnt tauschen oh Leute ernsthaft okay kassier mal ab kassier mal ab weiter 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 dann können wir hier auch jemanden auf die Couch sitzen ach die muss noch gemacht werden komm 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 äh d e d e d e d e jetzt hau ab da von mir ist auch so ja los geh doch einfach damit die Couch frei wird so 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 du gehst nach unten ihr könnt tauschen du brauchst das Buch Buch T das du dahin das können wir schnell machen ach das ist das wieder so einmal tauschen bitte ähm Bücher Moment das und das für den und dann das und das für den dann könnt ihr tauschen und ihr auch da muss ich mich drum kümmern das und das oh Leute ich wollte gerade sagen macht doch einfach die Couch mal frei um den habe ich mich doch gerade gekümmert mach es doch so die auch alle jetzt müssen wir aber schnell abkassieren hier so die können alle hier hin das einmal das Fax zack du gehst nach unten und ohje ohje da sind aber ganz schön viele böse Smileys hier ja einmal einen Keks für den Herrn und einen Kaffee für die Dame und einen Kaffee für die Dame also ich bin hier was gibt es denn so Wichtiges ich ziehe morgen um und ich wollte fragen ob ich einen Tag Urlaub haben könnte Sam kannst du bitte Mrs. Hart erklären dass sie mich nicht um Urlaub bitten muss ist schon in Ordnung Alison du kannst dir einen Tag frei nehmen kann ich jetzt wieder gehen ähm hm natürlich haben sie übrigens gesehen dass wir all die Arbeit für Leon erledigt haben wenn ihr für Leon gearbeitet habt warum belastet ihr dann mich damit ich will einfach nur dass mich alle in Ruhe lassen Leon bist du nicht zum Abendessen verabredet? oh tut mir leid ich bin zu spät kein Problem ich hatte ja sehr nette Gesellschaft ich sehe nach dem Essen ich wusste ja dass er witzig ist aber du hast mir nie gesagt wie süß er ist Mama ich mein ja nur Pfannkuchen mit brauner Butter und Blaubeeren ja aber ich bin mir sicher dass sie nicht so gut schmecken wie die von deiner Mutter deine Mutter hat mir übrigens ganz viele wunderbare Geschichten über dich erzählt Mama Daniel diese ähm diese Kerzen soll ich Streichhölzer holen damit wir sie anzünden können Daniel ich finde dass wir alle vorerst genug Feuer in unserem Leben hatten okay dann haben wir noch eine Herausforderung freigeschaltet ich weiß was ich will die Patienten verwechseln ihre Anfragen willst du mich verarschen oh mein Gott oh mein Gott ich weiß jetzt schon dass das tierisch stressig wird äh 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 wie soll ich das mit dem Teddybären denn machen äh 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 quasi drauf gehen oder wie das ist dann sozusagen die Behandlung oder das äh ist jetzt grad ein bisschen verwirrend ich weiß nicht für wen es grad verwirrender ist für die Patienten oder für mich wieso kann ich das ich wollte grad sagen wieso kann ich das jetzt nicht machen okay das haben wir das brauchen wir ne ich hab noch eins hä wieso hab ich noch eins so das du gehst nach oben für dich brauche ich das und für dich brauche ich das ne du nicht sie genau ja jetzt darfst du auch okay ach du scheiße was oh Gott das sieht aus hier okay du dahin Fax ist angekommen jetzt sehen wir die doch mal schnell ab hier so das das du gehst rüber das das ihr könnt tauschen so dann die beiden okay runter du nach oben das hab ich dabei mhm ähm da hin du dahin du dahin so das runter Donut ach du scheiße B B A A B hallo B B A A A B ach ich hab's nicht gesehen ich hab's echt nicht gesehen sorry ähm okay du kannst hier hin das 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 da brauche ich ein neues schneller du nach unten du dahin oh mein Gott ey ich weiß schon gar nicht mehr Moment ihr könnt tauschen so 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 achso die braucht den Keks okay ich weiß schon gar nicht mehr hier ähm was jetzt eigentlich Sache ist so Wusa ja komm jetzt wollte ich ja doch gerade tatsächlich einen Tee machen so du kommst nach da oben ihr könnt tauschen ne beziehungsweise okay eins hab ich noch drin die muss ich mal eben schnell machen hier die können da hin die da hin zack zack du runter ja 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 geh einfach da hin ich weiß es ich weiß es so ihr könnt tauschen ne du nicht aber du kannst jetzt hier hin ach ey das ist so verwirrend irgendwie wenn das alles falsch ist ja geh weg los dann hab ich wenigstens Platz so das ist jetzt die falsche die ich gerade hier hinsetze ne scheiße ähm das brauchen wir schnell aha die muss weg die muss weg die muss weg und die ganz schnell hier hin äh das und das 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 war das war jetzt dämlich von mir du kannst aber da hin ähm das schnell zack zack ihr könnt tauschen du kannst runter jetzt wollen die auf einmal alle nach unten oder was wollt ihr mich jetzt verarschen ja ei 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 okay die jetzt nach oben jetzt will die dort nach oben oh aha ich weiß schon was daran so kompliziert ist das ist ja schrecklich ähm ähm so die oh Gott ja 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 die hier hin der schnell da hin die nach da oben du nach da unten du nach da Gameball äh äh Keks du du zack die beiden du dahin äh ihr habt weniger Herzen ihr geht jetzt erstmal dahin du willst jetzt schon wieder was anderes zack 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 komm lauf 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 oh E F D A B C A B C A B C sehr schön ähm oh mein Gott so Moment ihr könnt tauschen mhm ihr könnt tauschen zack zack die will Kaffee tauschen zack zack ähm ich muss die Dinger hier irgendwie weg machen ich weiß auch nicht ähm ihr könnt tauschen du kannst da hin du kannst nach da oben Babymilch ach du Schande eieieieieieiei du kannst schnell auf die Couch gehen du schnell dahin oh Gott, oh Gott, oh Gott ähm ja nein du dahin du dahin genau noch ein Keks und das erstmal dahin der verliert so viele Herzen Ah, geh rüber, los. Der auf die Couch, der rüber. Oh mein Gott, das war ja jetzt die Vollkatastrophe. Oh Gott. Ja, ach nee, da ist auch gar kein Oliver dabei, sehe ich gerade. Ja, wir haben noch eins übrig, ich würde sagen, in der Hoffnung, dass das relativ schnell geht, versuchen wir das auch zu machen. Gehe mehr als 1800 Schritte, das dürfte für mich, glaube ich, kein Problem sein. Daniel, Alison ist heute nicht hier, sie zieht um. Ja, ich weiß, ich bin hier, um mit dir zu reden. Oh, warum setzt du dich da nicht einfach? Was gibt's denn? Das, das fällt mir sehr schwer. Ich leide seitdem Feuer unter schlimmen Schlafstörungen. Uah. Ich sehe jedes Mal diese rote Mauer vor mir und ich kann die Hitze des Feuers wieder spüren. Allein der Gedanke an Feuer versetzt mich in Panik und wenn ich dann ein Feuer sehe... Hm. Mach dir keine Sorgen, das ist völlig normal. Du hast ein traumatisches Erlebnis erlitten. Wir sollten uns aber dennoch einmal pro Woche treffen und darüber reden. Okay. Fürs Erste kann ich dir ein paar Tabletten verschreiben, die dir bei den Panikattacken helfen. Oh, ähm, keine, keine Tabletten. Es, ähm, verstößt gegen meine Religion. Oh, es ist schon spät geworden. Ich muss gehen. Ja, 600 haben wir. Wir wollten auf jeden Fall den Deckenventilator machen. Und für den Rest müssen wir dann halt wieder sparen. Ähm, ja. So, dann machen wir erstmal das. E, E, F, D, D. Gehen wir zu ihr. So. Mhm. Okay, alles nehmen, nehmen, nehmen. Hallo. Geh auch zu ihm hin. So, zack. Zack, zack. Einmal, zweimal. Ja, du da hin. Ein Keks. Fax können wir noch nicht machen. Ja, das verstehe ich irgendwie auch nicht. Die wollen ja immer ein Faxgerät, also immer das von dem Fax haben, wenn ich dann da hingehe. Dann brauchen sie es doch nicht. Also, ja, ich weiß auch nicht. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Ähm, gut. Das. Zack, zack. Du auf die Couch. Dahin. Runter. Du nach da. Zack. Du auch auf die Couch. Dahin, dahin, dahin. Kaffee. Mhm. Couch. Runter. Tauschen. Das blaue und das. So, das, das. Du gehst runter. Und blau und rot. Hallo, du sollst runtergehen. Mach doch mal den Weg frei hier. Das, das. Äh. Äh, das ist neu. Das ist das. Okay, ihr geht runter. Okay, das, 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 das. Mhm. Ich wollte gerade sagen, einer sollte dann normalerweise gleich gehen. Du, du, du. Und dieses Klangding. Nicht mehr angenommen. B, C, D, C, B, A. Ja, du sollst immer noch dahin. Mhm. Du auf die Couch. Du runter. Couch. Zack, 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 zack. Aha. Mhm. Du dahin. Du dahin. Zack, zack. So. Mhm. 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 Runter. Dahin. Das, das, das. So. Ah, ich hasse das, weil das so lang ist. Ihr könnt tauschen. Du kannst nirgendwo hin. So. Aha. Ähm, die Gitarre. Mhm. Bis dahin. Beiden Herzen sind schon ziemlich niedrig. Wieso? Entweder ist das wieder ein neues Buch oder ich hab keine Ahnung, was da jetzt schon mal da ist. Okay, Kaffee. Zack. 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 Du kannst dahin. Ihr könnt tauschen. Und ich muss mal dringend abrechnen, ja. Ja. Äh, ihr könnt tauschen. Buch. Zack. Zack. Da. Neues Buch. Zack. Da. Du auf die Couch. Das einmal dahin. Ihr könnt tauschen. Ihr könnt tauschen. Wieso hat die die jetzt immer noch nicht gemacht? Okay, einmal beruhigen. Zack, zack. Ja, alle wollen sie auf die Couch. Ich hab's schon verstanden. Oh. C, 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 E, F, F, E. Ja, 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 ja. Du gehst nach unten. Zack. Das und das. Zack, zack. Das. Du gehst auf die Couch. Du gehst nach da. Abrechnen. Da, da, da. Die soll sich mal beeilen mit dem abhauen. So. Oliver, Oliver, Oliver. Das und das, das. Zack, zack. Zack, 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 zack. Kaffee. Du kannst erst mal hier hingehen. Und dahin. Zack. Dahin, dahin. Zack, zack, zack. Und Kaffee. So, haben wir jetzt... Wir haben nicht zu viele. Tee. Das und das. Zack, zack, zack. Du da drauf. Du. Äh, ja, 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 ja. Ich weiß, ich weiß. Eins nach unten. Du nach da. Ihr könnt tauschen. So rum. So. Das, das. Für den brauche ich jetzt wieder den Zettel. Sind das unterschiedliche Symbole? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet. Ach, das ist wieder dieses zum Ziehen. Und jetzt wollen sie was anderes haben, oder wie? Hä? Nee. Ähm. E, E, F, D, D. Couch. Beruhigen. Runter. Couch. Okay. Du dahin. Beruhigen. Keks. Runter. Keks. Einmal tauschen. Du musst auf die Couch. Und rein. Weg da. Ja. Ähm. Couch. Oh je. Da muss ich jetzt aber auf jeden Fall die Schritte im Auge behalten. Oh je, oh je, oh je. Den Tee. Das. Ah. Beruhigen. Beruhigen. Okay, ihr könnt tauschen. Du kannst runter. Du kannst dahin. Das, das. Achso. D, E, D. E, D, E. Ja, auf die Couch. Zack, zack. So, dein Laufen. Abkassieren. Mhm. Du sollst auf die Couch gehen. Oh, nein, 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 nein. Das mit dem Laufen kriege ich nicht mehr hin, oder was? Dahin. 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 Ich weiß, das geht jetzt auf eure, äh, auf eure Gesundheit, aber ich muss hier mal so ein bisschen hin und her laufen. Hm. So. Ja, perfekt. Dann habe ich das nämlich auch noch abgeschlossen. Oh, super. Dann habe ich zwar nicht die vollen drei Sterne bekommen, aber ich habe die Herausforderung immerhin abgeschlossen. Im letzten Moment zumindest noch. Und ich habe einen Oliver gefunden. Perfekt. Ich glaube, das ist die letzte. Wo soll die hin? Nach oben, bitte. Ich bin dir und Ryan so dankbar für die Hilfe, Mama. Ich bin es gewohnt, diese Dinge allein zu erledigen. Kein Problem. Wir sind immer für dich da, wenn du uns brauchst. Wir werden sogar hier sein, wenn du es gar nicht willst. Ja, das befürchte ich auch. Ja, ich habe jetzt eine große Schwester, die in der Stadt lebt. Jetzt kann ich mich endlich jemand, jetzt kann mich endlich jemand mit in die Bars nehmen. Wage es. Ja, nicht. Oh, ich schaffe es nicht, doch einmal so eine Gehirnoperation durchzuführen. Ja, das habe ich auch schon festgestellt, weil ich konnte sie ja nicht wiederholen, nachdem es gecrasht ist. Da fällt mir ein, Liebes, du musst dich auch testen lassen. Nimm das Set hier und bring mir deine Blutproben morgen nach deiner Schicht vorbei. Ja, und da wir ziemlich überzogen haben, würde ich sagen, dass wir uns für heute erst mal verabschieden, beziehungsweise ich mich verabschiede und dass wir dann die restlichen vier Sachen in der letzten Folge durchziehen, weil danach ist die Story dann nämlich leider zu Ende. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.